Die Temperaturen steigen, wir wollen unsere Winterklamotten irgendwo hinpacken, wo sie dann sicher untergebracht sind und wieder unsere Sommerklamotten rausholen. Wo tun wir die hin? Hm, schwierig. Vielleicht haben wir irgendwo im Keller einen Karton, das ist natürlich die allerschlechteste Möglichkeit. Oder irgendwo stapeln im Keller ist auch nicht gut. Ein Schrank kostet ein Wahnsinnsgeld. Da haben wir jetzt einen Falschrank für Sie, der super ist, weil er schnell und einfach aufzubauen ist, sehr, sehr leicht und aber so viel Fassungsvermögen hat. Ja, vor allem kannst du den ohne jegliches Werkzeug aufbauen. Du brauchst keinen Schraubendreher, du brauchst keine Zange, du brauchst keinen Akkuschrauber, gar nichts. Das ist ein richtig schönes, angenehmes Stecksystem. Besteht aus 131 Teilen, hat insgesamt sechs Fächer und nochmal drei zusätzliche Schubfächer. Und ich habe ihn jetzt hier mal aufgemacht, ich werde ihn auch gleich mal zumachen. Das heißt, hier kannst du wirklich Sommer- oder Wintergarderobe ohne weiteres reinpacken. Viele von Ihnen haben mit Sicherheit auch das Problem, wohin mit den ganzen Handtüchern. Große Handtücher, kleine Handtücher, Gästehandtücher und so weiter. Auch die müssen irgendwo hin, nehmen unglaublich viel Platz weg. Und da ist so ein zusätzlicher Schrank natürlich mal eine ganz tolle Variante im Gästezimmer zum Beispiel. Oder mal im Keller, wenn es einfach ein bisschen manierlicher aussehen soll, ist das einfach ganz praktisch gemacht. Hier sehen wir nochmal die drei Schubfächer und das ist ebenfalls sehr interessant. Ich habe mal eins befüllt, das können wir uns mal ganz kurz anschauen. Das habe ich hier. Jetzt nur mal, um ein Beispiel zu geben, da können jetzt beispielsweise auch mal solche Sachen rein. VS-Kassetten, DVDs, CDs, Socken, Unterwäsche, alles das, was man eben auch mal unterbringen möchte. Die lange Unterwäsche zum Beispiel, die Ski-Unterwäsche, die dicken Socken. Wollen wir jetzt im Sommer nicht sehen. Die brauchen wir nicht. Ja, jetzt holen wir die Sandalen und die Flip-Vorpommern. Die wollen wir nicht tragen und nicht sehen. Ja, genau so ist es. Und natürlich können Sie es ganz einfach auch zumachen. Ich zeige das mal ganz kurz. Einmal hier und einmal hier mit den Klettverschlüssen. Zack, runter. Und dann jetzt hier ganz einfach den Reißverschluss zu. Auch an dieser Stelle. Ganz einfach zumachen. Wupps. Und schon ist der Schrank zu. Hat einen Meter in der Breite, knapp 2 oder knapp 1,80 Meter in der Höhe. Bietet Ihnen unglaublich viel Stauraum und innerhalb von 5 Minuten ist der aufgebaut. Was, wo der auch super wäre? Zum Camping. Fürs Camping. So ein Vorzelt oder sowas. Nein, ich weiß das von meiner Frau. Die waren früher immer campen und die mussten auch ihre Klamotten irgendwo aufhängen. Jetzt hast du in so einem Wohnwagen natürlich keinen Platz. Das kann man dann einfach aufbauen, weil es so leicht zu transportieren ist. Man kann da auch, was weiß ich, wenn du so einen fetten Schrank hast, den machst du ja auch nie sauber unten drunter. Der hier ist ja ganz einfach zur Seite zu schieben. Ich finde den super. Wir schauen mal bei Pearl.de, was er da kostet. Da kostet er 63,99 Euro. Schon in der Premium-Serie. Das heißt, am meisten bestellt und am besten bewertet hier. Und Sie sparen heute nochmal 14 Euro zum TV-Sonderpreis für nur 49,99 Euro. Mit der Bestellnummer, ich sage schon mal, MX810569. Ich finde den super, weil er so leicht ist. Ja, das ist Spitzenklasse. Den kannst du also auch mal so eben nehmen, mal eben wegziehen logischerweise. Kleiderstange haben wir noch gar nicht erwähnt. Also auch wenn es um Hemden oder beispielsweise auch mal Jacken, selbst Mäntel passen hier ohne weiteres von der Länge mit hinein. Also der bietet dir reichlich Stauraum. Du hast deine Bekleidung, deine ganzen Textilien jetzt ordentlich geschützt. Auch mal vor Staub und so weiter, vor Schmutz. Also ich finde es ganz hervorragend. Vielleicht hast du auch mal ein Gästezimmer oder irgendwie sowas. Oder mal im Keller noch mal einen zusätzlichen Raum, wo man die Sachen ganz einfach unterbringen möchte. Und es sollte dann doch ein bisschen manierlich aussehen. Gerade Hemden, die kann man doch hier direkt mal hier an die Kleiderstange hängen. Selbst am Dachboden, ja, also die einzelnen Teile oder auch das komplette Paket, selbst aufgebaut. Kriegen Sie denn ohne weiteres mal die Treppe rauf. Also der wiegt so, ehrlich gesagt, gar nichts. Wenn er natürlich voll gefüllt ist, bietet er Ihnen genau den Stauraum, den Sie haben möchten. Sehr schönes Material übrigens hier. Und ich finde ihn auch optisch sehr ansprechend in diesem Grau. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir auch sehr, sehr schön. Sehr mobil dieser Schrank, sehr leicht. Ich bin überzeugt hier für Ihre Winterklamotten, für Ihre Sommerklamotten. Oder wenn man mal schnell einen Schrank braucht, auf die Schnelle, wenn Gäste kommen im Camping. Hier unser zweitüriger Falschrank. Premium-Serie, heute zum TV-Sonderpreis von 49,99 Euro. Mit der Bestellung mal NX8110569. Ich habe auch meine Klamotten jetzt gerade weggepackt, aber ich habe die im normalen Schrank getan. Und das ist doof, ne? Da bist du mit 150, 200 Euro, wenigstens dabei, Meter breit, zwei Meter hoch. Die Dinger kosten schnell mal 150 Euro. Da ist das ein Schnäppchen. Ja. Also, ran ans Telefon. TV-Sonderpreis gilt zwei Stunden für Sie. Also schnell sein.